Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute spielen wir ein Spiel der besonderen Art, und zwar nennt sich dieses Spiel Diaboticle. Ein kostenloses Spiel für Epic Games, das habe ich ein bisschen angespielt und finde das eigentlich relativ cool. Ihr seht hier, das bin ich. Schön rot. Ja, guck, er sagt auch Hi. Geil. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach rein. Mich erinnern diese Augen irgendwie an Portal, diese Cores. Suchen wir mal. Können wir alles machen. Ja, bei dem Spiel geht es halt darum, sich gegenseitig abzuballern, wie man es kennt. Besonderheiten ist, dass ihr Waffen einsammeln könnt und wenn ihr sterbt habt ihr sie natürlich nicht mehr und müsst sie neu finden. Ein Spiel geht acht Minuten. Und ja, überzeugt euch einfach mal selbst. Hi, it's. Community tip. Map knowledge is one of the best strange players I can have. Learn past and try moving fluidly on maps in practice mode. Wow, ne? Marina. Marina. Oh lord. Ja, da wurde einfach sofort getötet. Okay, meine Kamera über den Einstellungen. Nicht so schön. Äh, Audio. Alles ein bisschen leiser hier. Genau. Ja, also. Ja, es gibt verschiedene Steuerungen. Einmal WSD, könnte ich bewegen, so wie der mit der Maus. Und ja, ihr seht, wir haben hier rechts, zum Beispiel F ist diese Waffe. So ein Strahl, dann haben wir auf A6 zum Beispiel hier, was normaler Maschinen kann. Da gibt's hier so Kugeln, Lebenspunkte. Mit Y, was im Englischen ja auf Z ist. Kann man schlagen. Und da ist ne Kanone. Aua, Aua, Aua. Mann, ey, ich kann hier gar nicht mehr, äh, klar. Ja, man hat auch Munition und sowas. Also ganz klassisch. Ich finde, das ist schon ein cooles Spiel. Aber auch zum Ragen. Okay, ich hab ein Kill-Dull. Oh Gott, Alter. Oh Gott. Ey, ist doch nicht wahr. Hier sind einige Informationen, die hilfreich sein könnten. Jetzt hat sie nach O-Gott gesucht. Nee. Hilfe. Ja, ne Shotgun, damit sollte ich eher nah rangehen und... Ah. Rage. Rage Mode, Alter. Incoming Diabotical. Oh, wirklich? Aua. Ich kann gegen nichts tun. Das sind halt... Das sind halt wirklich solche Reinschwitzer, müsst ihr bedenken. So mit Raketen haben wir vielleicht noch ne Chance, weil wir den direkt ins Gesicht treffen. Oh, wir haben ihn. Rüstung, 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 Rüstung ist immer gut. 30 Sekunden remaining. Ja. Hä? Ich hab die doch viel länger an... Oh, Alter. Das ist absolut das Rage, was ich meine. Na, komm her. Wie kann der mich bitte... Ich frag nicht mehr. Ich frag einfach. Ich hab zwei Kills und der eine Typ hat 58. Wie sollte das denn bitte machen? Sechster Platz. Ja. Von... Sechs. Belastend. Sehr belastend. Sehr gut, ne? Warte, warte mal, ich geh in Aufwärmereien. So, da haben wir nämlich alle Waffen, können wir einen austesten. Ja. Oh, wir haben sogar einen drinnen. Irgendwie können wir kämpfen. Okay. Raketen sind eigentlich immer das Beste. Ach so, weil ich vorher ein Match gesucht hab. Aha. Mach dich bereit, das Spiel startet. Ja. Ich hab schon mal einen Rauchwerfball, das ist gut. Am besten sind jetzt schon mal ein paar Kanonen zusammen. Und F3. Ach, come on. Oh, was ist das hier? Oh. Nehme ich. Nehmen wir auch mit. Ne, wir wollen aber auf F7, bitte. Es ist so ein böses Spawn, Leute. Raketen. Raketen sind die besten Waffen hier in dem Spiel. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Totenweiler. Einziges Problem bei dem Spiel ist natürlich, dass, ähm, die Maus. Die ist, äh, holy moly. Ey, komm. Wird das einer auf der Karte angezeigt, wo der andere ist, oder was? Oh Gott. Wie ist jetzt das Ding hier? Ach, Leute. Ich bin so ein Noob in dem Spiel. Echt. Oh Gott. Ne, ne. Junge. Junge, ich hab die Waffe auch gegen ihn verwendet und es hat nichts gebracht. Ey, das ist doch so ne Scheiße. Das Spiel funktioniert nicht richtig. Echt. Guck mal. Guck mal. Von wo? Und wieso hat der Jetpack? Was hab ich nicht? Ja, ist klar. Hier. Ich krieg ihn nicht einmal getötet. Das ist so ne Verarsche. Ihr merkt das Spiel. Kann. Kann einfach von oben durchschießen. Was ist denn das für ne Scheiße? Er hat auch ein Schutzschild, ist klar. Ich hab doch ganz weit auf ihn gehalten. Ist klar. Ich hab doch ganz weit auf ihn gehalten. Ich kann nichts tun. Nichts. Nichts. Das ist das scheiße. Das ist das scheiß Spiel spiele. Ach ja. Meine. Ist. woher weiß der immer wo ich bin. Ja. Wie hat er gesehen, dass ich hinter ihm bin? Wie? Er ist doch weggelaufen. Ey, das ist doch so ne verdammte Scheiße. Komm hoch. Hey, komm. Wo ist er? Goldene Frag. Goldene Frag. Was ist das? Na komm. Wir campen jetzt. Hat er uns gesehen? Weil, weißt du, ich halte auf dem mitten drauf, ne? Und er macht ein paar mal und dann bin ich tot. Nö. Ah, da könnte man, ey. Naja. Das soll's für dieses kleine Video gewesen sein. Ich wollte dir das Spiel mal vorstellen. Ja. Auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut. Und tschau, euer Red Gamer.